Hey, deutsche und neugierige Köpfe auf der ganzen Welt! Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das vielen deutschen Rentnern und ihren Familien schon lange im Kopf herumschwert, die 300 Euro Energie bei Hilfe. Aber hier ist die brennende Frage, wird diese finanzielle Lebensader im September 2024 wieder verfügbar sein? Bleib da, denn wir sind dabei, dieses Geheimnis zu lüften und herauszufinden, was es für dich oder deine Liebsten bedeuten könnte. Aber zuerst einmal einen Schritt zurück. Was genau ist diese Energiezufuhr und warum ist sie in Deutschland so ein heißes Thema geworden? Nun, meine Freunde, alles begann im Zuge der explodierenden Energiepreise, die viele Rentner mit ihren Rechnungen kämpfen ließen. Die deutsche Regierung hat die Not der Senioren erkannt und eine einmalige Zahlung von 300 Euro eingeführt, um die Last zu verringern. Dieser Zug wurde mit Säufzern der Erleichterung im ganzen Land begrüßt, aber wie bei allen guten Dingen kam er mit einem Ablaufdatum. Nun, da wir uns dem September 2024 nähern, fragen sich viele, wird sich die Geschichte wiederholen? Wird die Regierung wieder einmal denjenigen helfen, die ihr Leben lang für unsere Gesellschaft beigetragen haben? Diese Frage halt in den Parlamentsräumen, in Cafés und an Esstischen in ganz Deutschland. Aber bevor wir uns in die Kristallkugel der Möglichkeiten vertiefen, wollen wir uns einen Moment seitnehmen und verstehen, warum diese Zuteilung so wichtig ist. Stell dir das vor, Greta, eine 75-jährige Witwe, die in einer kleinen Wohnung in München lebt. Ihre Rente deckt zwar stabil, aber kaum ihren Grundbedarf. Als die Energiepreise zu steigen begannen, traf Greta unmögliche Entscheidungen. Sollte sie den Thermostat herunterdrehen und ihre Gesundheit gefährden oder warm bleiben und Mahlzeiten auslassen? Es ist ein Dilemma, dem sich niemand stellen sollte, besonders nicht diejenigen, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben. Geschichten wie die von Greta sind keine Seltenheit. Tatsächlich sind sie der Grund, warum der Energiezuschlag eingeführt wurde. Aber wenn wir bis September 2024 blicken, hat sich die Landschaft verändert. Der globale Energiemarkt ist auf einer Achterbahnfahrt, die Preise schwanken stark. Die Frage bleibt also, wird sich die deutsche Regierung wieder einmischen? Nun, ich weiß, was ihr denkt. Komm schon, sag es uns. Kriegen wir die 300 Euro oder nicht? Nun, meine Freunde, wenn es nur so einfach wäre. Die Wahrheit ist, dass es derzeit keine offizielle Ankündigung bezüglich der Energiezuteilung für September 2024 gibt. Aber klickt noch nicht weg. Wir haben vielleicht keine definitive Antwort, aber wir haben viele Einsichten, Expertenmeinungen und politische Gerüchte zu erforschen. Beginnen wir mit den Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen könnten. Zunächst, der Zustand des Energiemarktes. Wie haben sich die Preise seit der letzten Verteilung verändert? Haben sie sich stabilisiert oder fühlen sich die Rentner immer noch unter dem Druck? Dies sind entscheidende Fragen, die sich die politischen Entscheidungsträger stellen werden. Als nächstes müssen wir uns das breitere wirtschaftliche Bild ansehen. Deutschland, wie viele andere Länder, hat sich in unruhigen wirtschaftlichen Gewässern bewegt. Wie hat sich dies auf die Fähigkeit der Regierung zur finanziellen Unterstützung ausgewirkt? Gibt es andere dringende Fragen, die um Mittel konkurrieren? Das Verständnis dieser Dynamik kann uns Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr des Zuschusses geben. Aber warte, es gibt noch mehr. Wir können die politische Landschaft nicht ignorieren. Wie könnte die Energiereserve bei Wahlversprechen und politischen Debatten am Horizont mit den Wahlen in Verbindung gebracht werden? Könnte es zu einem Schlüsselthema werden, das die Wähler bewegt? Und was ist mit der öffentlichen Meinung? Wie haben die Deutschen auf frühere Maßnahmen zur Energieförderung reagiert und was sagen sie jetzt? Bei der Überlegung dieser Fragen ist es erwähnenswert, dass die Energiebeihilfe nicht das einzige Instrument in Deutschlands Arsenal zur Unterstützung von Rentnern ist. Es gab Diskussionen über alternative Maßnahmen, von der Erweiterung bestehender Leistungen bis zur Einführung Neuprogramme. Könnten diese die Energiezuteilung ersetzen oder ergänzen? Nun, ich weiß, wir haben es hier mit vielen Unsicherheiten zu tun, aber verliere nicht die Hoffnung. Es gibt Schritte, die Sie jetzt ergreifen können, um sich auf den September 2024 vorzubereiten. Bleiben Sie in erster Linie informiert. Halten Sie ein Auge auf offizielle Regierungsmitteilungen und seriöse Nachrichtenquellen. Wissen ist Macht, besonders wenn es um dein finanzielles Wohlbefinden geht. Apropos finanzielles Wohlbefinden, sprechen wir über Energieeffizienz. Wir können die Entscheidungen der Regierung nicht kontrollieren, aber wir können Schritte unternehmen, um unseren Energieverbrauch zu senken und diese Rechnungen zu senken. Einfache Änderungen wie die Verwendung von LED-Lampen, Dichtungsentwürfe und das Beachten unseres Energieverbrauchs können einen großen Unterschied machen. Und wer weiß, bis der September 2024 kommt, hast du vielleicht schon eine ordentliche Summe gespart. Aber was, wenn du gerade wirklich Probleme hast? Leide nicht in Stille! Deutschland verfügt über ein solides soziales Unterstützungssystem und es kann andere Formen der Unterstützung für Sie zur Verfügung stehen. Kontaktiere lokale Sozialdienste oder Gruppen für Senioren. Sie können Ihnen Hinweise zu bestehenden Leistungen und Programmen geben, für die Sie möglicherweise in Frage kommen. Nun, lassen Sie uns den Elefanten im Raum ansprechen, was ist, wenn die Energiezuteilung im September 2024 nicht wieder auftaucht? Es ist eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen müssen. Aber denken Sie daran, das bedeutet nicht, dass Sie draußen bleiben werden, wörtlich oder bildlich. Die deutsche Regierung hat eine lange Geschichte der Unterstützung ihrer Bürger, insbesondere der am stärksten Gefährdeten. Wenn die Energiedienstleistung nicht zurückkehrt, werden wahrscheinlich andere Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Rentner ihre Grundbedürfnisse decken können. Während wir uns durch diese Unsicherheit bewegen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man nicht allein ist. Millionen von Rentnern in ganz Deutschland sitzen im selben Boot, wundern sich und warten. Diese gemeinsame Erfahrung hat wichtige Gespräche über die Herausforderungen, denen sich ältere Menschen in unserer Gesellschaft gegenüber sehen, ausgelöst. Es wurde auf die Probleme der Energiearmut und die Notwendigkeit nachhaltiger, langfristiger Lösungen aufmerksam gemacht. Lasst uns für einen Moment herauszummen und das größere Bild betrachten. Die Energierückgabe, ob sie nun zurückkehrt oder nicht, ist Teil eines größeren Dialogs darüber, wie wir unsere alternde Bevölkerung in einer sich verändernden Welt unterstützen. Klimawandel, technologische Fortschritte und demografische Veränderungen sind alles Faktoren, mit denen sich die Politik bei der Planung ihrer Zukunft auseinandersetzen muss. Das bringt uns zu einer interessanten Frage, welche Rolle können Rentner bei der Gestaltung dieser Politik spielen? Ihre Stimmen und Erfahrungen sind wichtig. Ob durch Stimmabgabe, Teilnahme an Diskussionen in der Gemeinde oder Teilen ihrer Geschichten mit lokalen Vertretern, Sie haben die Macht, die Entscheidungen zu beeinflussen, die ihr Leben betreffen. Nun, ich kann fast hören, wie einige von euch sagen, das ist alles gut und schön, aber was ist mit jetzt? Was ist mit September 2024? Ich höre dich und wünschte, ich hätte eine Kristallkugel, um dir eine definitive Antwort zu geben. Aber ich kann Ihnen Folgendes sagen, die Diskussion über die Unterstützung von Rentnern mit Energiekosten ist noch lange nicht vorbei. Politische Parteien im gesamten Spektrum erkennen die Bedeutung dieses Themas an und es wird wahrscheinlich bis September 2024 ein heißes Thema bleiben. Also, was kannst du in der Zwischenzeit tun? Bleib engagiert, bleibe informiert und vor allem hast du keine Angst, dich zu äußern. Teile deine Erfahrungen mit Freunden, Familie und Führungskräften. Schreibe an deine lokalen Vertreter. Nehmen Sie an Gemeindeversammlungen teil, in denen diese Themen diskutiert werden. Ihre Geschichten und Perspektiven können dazu beitragen, die Politik zu gestalten, die nicht nur sie, sondern auch zukünftige Generationen von Rentnern betreffen wird. Zum Abschluss dieser Erkundung der 300 Euro Energiezuteilung und ihrer potenziellen Zukunft wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über das nachzudenken, was wir gelernt haben. Wir haben gesehen, wie eine einzige Politik das Leben von Millionen von Menschen tiefgreifend beeinflussen kann. Wir haben das komplexe Netz von Faktoren erforscht, die Regierungsentscheidungen beeinflussen. Und wir haben die praktischen Schritte besprochen, die sie unternehmen können, um sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der deutschen Rentner hervorgehoben haben. Ob die Energiereserve im September 2024 zurückkehrt oder nicht, sie haben immer wieder gezeigt, dass sie Herausforderungen aushalten und sich für ihre Bedürfnisse einsetzen können. Wenn wir in die Zukunft blicken, wird klar, dass das Problem der Energieerschwinglichkeit für Rentner nicht so schnell verschwinden wird. Der Klimawandel, geopolitische Spannungen und technologische Fortschritte werden die Energielandschaft weiter prägen. Aber mit einem kontinuierlichen Dialog, innovativen Lösungen und dem Engagement zur Unterstützung unserer am stärksten gefährdeten Bürger können wir uns für eine Zukunft einsetzen, in der kein Rentner zwischen Wärme und anderen grundlegenden Bedürfnissen wählen muss. Wird die 300 Euro Energiezuteilung im September 2024 wieder verfügbar sein? Die ehrliche Antwort lautet, wir wissen es noch nicht. Aber was wir wissen, ist, dass diese Frage Teil einer viel größeren, fortlaufenden Konversation darüber ist, wie wir unsere älteren Bürger unterstützen und wertschätzen. Es ist ein Gespräch, das deine Stimme, deine Erfahrungen und deine Ideen braucht. Und wer weiß, bis zum September 2024 haben wir vielleicht etwas noch Besseres als eine einmalige Beihilfe geschaffen, ein nachhaltiges, mitfühlendes System, das sicherstellt, dass jeder Rentner unabhängig von den Energiepreisen in Würde und Komfort leben kann. Und das ist alles. Danke für das Beobachten. Stellen Sie sicher, unseren Kanal für mehr Updates zu abonnieren.